Heute gibt es einen McBarrion Club Blend Spoon Cut Tabak und eine Savinelli aus Italien. Dieser Schnitt, der nennt sich Spoon Cut von McBarrion. So, jetzt die Savinelli Veritas und den McBarrion Spoon Cut Club Blend. Ach, schmeckt das wieder gut. Heute muss wieder mal ein Pfeifchen sein. Und wie der Tabak schmeckt? Na ja, so richtig schmecken nach der Grippe tue ich noch nicht. Also das kann ich jetzt noch nicht richtig sagen. Aber hier ist sehr aromatisch. So, die Savinelli hat natürlich auch wieder einen neuen Millimeter Filter und entwickelt sich immer mehr zu meiner Lieblingspfeife. Ja, ich hoffe, dass die Tage jetzt wieder schöner werden. Und dazu gibt es natürlich einen Bright and Early Coffee. Und noch mal kurz nachfeuern, weil jetzt ist sie doch ausgegangen. und da ist die Abdel auf der Reihe Ahnung. Und jetzt wird es so ungefähr versucht, die Blumenkriege zuerst machen. Jetzt immer wieder deine Luftpfechen sehen. Und jetzt ist das ein Glasfleisch Spoon. Und jetzt ist es das ein Glasfunk. Und jetzt ist das ein Glasfunk proced. Und jetzt ist es ein Glasfunk. Und jetzt ist es ein Glasfunk. Und jetzt ist es ein Glasfunk. Und brennt wieder.